Ne, jetzt mal ohne Witz, was sind das für Geräusche? So machten noch nie im Leben einen LKW. Ich bitte euch, nie im Leben. Ich grüße euch, meine lieben Freunde, deshalb bist du als Plan willkommen hier zur ersten Folge von meinem neuen Projekt, nämlich Eurotrack Simulator. Und dann geht es direkt los, wir erstellen uns ein Profil. Ich habe das übrigens schon mal gespielt, der passt dann. Oh, cool, der sieht, der sieht doch gut aus. Fortzug des LKW-Designs, genau. Firma-Logo. Das da, Firma-Name. Sebel, 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 Sebel. Sebel. Sebel, Mann. Hehe, das war deutsch, das ist ganz gut so. So, erstellen. Fertig, Steff. Wir beginnen natürlich in Berlin. Wir sind hier, wie gesagt, ich habe das halt schon mal gespielt, deswegen weiß ich, was abgeht. So, das ist hier also, warte, so sieht jetzt der LKW aus. Das ist der, wo wir ausgewählt haben, weil das werden wir jetzt erstmal eine Route fahren. Hier, von verschiedenen Ansichten kann man hier nochmal gucken. Ne. So, das ist unsere Sicht, also okay. Hm. Schick, schick, als auf jeden Fall. Dann fahren wir doch mal die Route, die wir fahren müssen. Oh, wartet, wartet. Ja, hallo, ein Hamburger und eine große Cola. Danke. Genau, ich muss jetzt noch ein paar Optionen, ähm, Tastenbelegung, ein paar Einstellungen treffen. Blinker links machen wir hier hin. Blinker rechts machen wir dann hier. Warmblinker und Blase machen wir hier. Mittlere Maus, das ist das. Lichtscheinwerfer. Taste vier. So. Okay. Zuerst dann können wir gleich da fahren. Ach du Scheiße. Wenn es jetzt, wenn es jetzt rot wird, dann werde ich sauer. Ja, das passt. Das passt. Mensch, fahr doch, ist es grün. Ich halte mich natürlich an meiner Geschwindigkeit. Was? Nein! Shit. Ähm. Ups. Total verfahren. Hätten wir da müssen. Ich hätte da rein. da müssen. Ich muss oh. Hallo. Hallo. Oh, jetzt kommt ein ... Oh, 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 oh. Ja, toll. Das gibt eine schöne Verspätung. Leck mich doch, ey. Kacke. Da muss ich rein. Oh, oh Gott. Hm, da habe ich eine Arbeitsangentur entdeckt. Ich helfe dich. Hey, Digga, hast du ... zeig's? Ne. So. Ähm ... Ja, äh ... äh ... Sven, das ... Stein, warte mal kurz ... Ah, ist schon besser. Ne, 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 das machen wir. Auf jeden ... Auf jeden ... Ui. Ja, wir müssen noch recht ... viel darüber. Äh, je. Falls ihr euch wundert, wo ich, äh, hingucke, ich gucke grad in diesen Spiegel da. Ich zähl's euch mal. Ein schneller ... Ah, 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 ah ... Ja, äh, das muss ich noch ein bisschen üben. Ach du Scheiße, ey. Kacke. Es gibt nämlich extra Punkte, weil wir besser einparken. ausgezeichnet ausgezeichnet eindeutig das ist also unsere garage firmenzentrale was ist denn das für eine firmenzentrale von wegen firmenzentrale ja dann viel glück dämmelmittel 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 alles fahr die rot ohne das war es nicht aber da nie 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 ich muss nach der aufmachen ich muss jetzt noch ein paar so was haben wir denn da hochschaden oder feststellen Auflieferbremse auf x fernlicht scheinwerfer und licht ist dann wo lichthupe scheinwerfer ja gut wo sind dann aber das licht scheinwerfer na ne fahr und ich merke hier keinen Unterschied nach wie vielen Dank in der jetzt doch halt na fahr doch nicht los du Idiot ja sie haben Post ok oh ja cool Dankeschön ja fahr doch nicht los Idiot Idiot ich hab nix gesagt gar nix ach so übrigens kommen jetzt auch pro Woche zwei Videos ich also ich werde mich anstrengen dass pro Woche zwei Videos kommen versprechen kann ich natürlich nix ja hm wenn ihr wenn ich Glück habe seht ihr das Video noch Freitag dann auf noch mal geht los die 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 Was sind das für Geräusche? Das ist ja nicht mehr normal. Hä, wo hab ich denn die Hube? Warte, da, da, das will ich auch. Oh, cool, E-Mail. Brandneuer Majestic LKW. Aha, ja, gut. Ich will jetzt zumindest noch wissen, wo die Hube ist. Hube, 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 Hube. Ah, ich hab keinen Hube. Gut, dann, ha, so. Hm, danke schon, danke schon. Ich muss durchfahren. Okay. Okay. Wie gesagt, das ist leider nur die Testversion. Momentan noch. Aber ich denke, dass ich, äh, dass ich's kaufen werde. Leider hatte ich's mal gekauft. Also eher gesagt, hab ich's zum Geburtstag geschenkt bekommen im Code. Aber mein Computer hat sich wieder resettet. Und da der Code dann nicht mehr ging, hatte ich auch nicht mal die Vollversion. Die hat sich dann aufgelöst. Einfach so. Das ist natürlich sau ärgerlich. Sonst hätte ich jetzt die Vollversion. Aber ja, gut. So. Und nach dieser Fahrt ist das Video schon wieder vorbei. Das geht jetzt schon 15 Minuten lang. Was sind das für komische Geräusche? Das würde so ein Geist einen fahren lassen, ey. Nee, jetzt mal ohne Witz. Was sind das für Geräusche? Sie machten noch nie im Leben einen LKW. Ich bitte euch. Nie im Leben. Was? Ohne Witz. Ohne Witz. Wenn wir jetzt nicht Gas geben, dann, äh, ja. Ich hoffe mir das eineinhalb Stunden nicht mehr. Rat, da, 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 da. Oh ja, eine Tankstelle. Ja. Ja. grüß ich komme das Prozent zu die Bäume muss ich schon sagen die sind wirklich toll gemacht ist genau so sehen die auch in Realität aus genau so als der ersten Foto eindeutig eindeutig was ich auch gut finde dass er wirklich auch die Marken verbaut sind voran haben wir ja nie gesehen um es ist nun was wir noch sehen ich habe was unter der Haube nun 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 Ich finde das klasse. Ich finde es lustig. Ich finde es so genial. Die Geräusche, die sind der Hammer. Ich darf dreimal raten, wer das war. Genau. Mein Vater, er ist ja kein Weltuntergang. Ich finde es genial. Wenn ich mal richtig stark bremsen muss, mache ich den hier. Ich muss durchziehen. Komm schon hoch. Go. 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 Komm schon. Los. Oder nicht. Meinetwegen. Tick-tack, 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 tick-tack. Oder nicht. Oder nicht. oh ja ich gebe gas ich gebe gas ich habe spaß ich habe spaß ich gebe gas ich gebe gas ich gebe gas ich gebe gas oh ich sehe mein Ziel schon schick oh das war knapp dann fahr doch vorbeid ja also erster Offenhalt in Dresden yay boah geil ich glaube ja 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 Ah! Dankeschön. Dankeschön. Moin. Moin, Peter. Moin, Franz. Nee, ich park den ein. Ah, da ist ja noch ein Digger. Ach, das sind Digger-Sammler. Sag das doch gleich. Ach, das ist ja noch ein Digger-Sammler. Das ist ja noch ein Digger-Sammler. Ich will den jetzt einparken. Egal, ob mir das Video jetzt schon fast eine halbe Stunde geht. Ich will den jetzt einparken. Ah, das ist doch gut. Ich muss mich wieder gerade hinstellen. Ich gucke hauptsächlich da oben in den Spiegel. Nee, will ich nicht. Level 2. Jawohl. So, Freunde. Ich würde sagen... So, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Warte, ich muss in die Klampe googeln. Hier oben geht es zum letzten Video. Hier oben könnt ihr abonnieren. Und hier unten geht es zum Kanal von The Dark Gamers mit mir, Luca und The Jaguar Gamers. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis dann, haut rein. Ciao. Bis dann, haut rein. Bis dann, haut rein. Bis zum nächsten Mal.